Ja, guten Morgen Leute aus unserem schönen Apartment hier. Ich bin bei diesem Restaurant übernachtet. Ja, eigentlich ganz gut. Außer, ich bin heute früh rausgegangen, wollte zu meinen Schulen gehen, weil die Schule stelle ich immer raus. Die regnen halt jetzt nicht ganz so gut. Da waren auch die Socken drin und jetzt hat einfach eine Socken gefehlt. Da habe ich gedacht, ja scheiße, habe ich den irgendwo anders hin und einen ganzen Rucksack auf den Kopf gestellt. In der Zwischenzeit hat der Valentin, also der hier, draußen gesucht und hat gefunden, dass ein Hund, der hier wohnt, den mitgenommen hat und als Kopfkissen benutzt hat. Sehr lustige Geschichte auf jeden Fall. Ich zeige meinen Socken zum Glück wieder und es kann losgehen. Heute ist tatsächlich einer der anstrengendsten Tage überhaupt auch mit. Einmal der am Botev, an dem Berg, aber auch der Tag heute. Der ist auch einer von den anstrengendsten. Sehr weit, also fast 40 Kilometer, 37 um genau zu sein. Und sehr viele Höhenmeter, über 1400. Wird anstrengend. Ja, ich begrüße euch jetzt nochmal aus der Natur diesmal wieder. Wie gesagt, heute sehr anstrengender Tag, sehr viele Kilometer. Also die meisten sogar bisher. 40 Kilometer hatten wir noch nie. Oder fast 40. Ja, wir müssen heute aussehen, ein bisschen aufpassen aufs Wasser. Die nächste Benachtung wird die zweite im Zelt und damit auch die letzte. Und wir werden diesmal keine Wasserstelle an unserem Zeltplatz haben. Deshalb habe ich sehr viel Wasser eingepackt. Da haben wir 1,5 Liter und da. Das heißt insgesamt 3 Liter Wasser dabei. Und ich werde auch in jeder Wassermöglichkeit versuchen, das aufzufüllen. Genau. Hier wachsen übrigens überall diese orangenen Früchte hier. Ich weiß nicht, die wird der eine oder andere schon kennen. So sehen die aus. Und wenn man die abmacht, kann man die so aufmachen. Und da ist eine Frucht drinnen. Ich mache das mal kurz. Hier, so schaut die dann aus. Ups. Mit einer Hand ist das ein bisschen schwer. Hier. So schauen die aus. Schmecken so süß, säuerlich, bitter ein bisschen. Die kann man in Deutschland auch in Supermärkten kaufen tatsächlich. Ich bin mir aber gerade gar nicht so sicher, wie die heißen. Könnt ihr mir ja mal sagen. Sehr viele von denen hier sollen sehr gesund sind und reich an Vitamin C. Krass, schaut doch mal die Aussicht hier an. Wahnsinn. Ich komme hier gerade einfach aus dem Wald raus. Krass. Schaut auf jeden Fall sehr flach aus. Aber wir gehen in die Richtung. Es geht hier runter jetzt gerade. Genau. 27 Kilometer, 1100 Tönenmeter. Es sind ungefähr 36, naja, 37 wohl eher. Und 1400 Tönenmeter. Wir sehen uns. So, wir sind am Pass hier angekommen. Das ist der Rischpass. Hier heißt es Schumann Region. Genau. Hier muss ich jetzt ein bisschen an der Straße entlanglaufen. Das wird nicht so schön. Aber muss halt auch mal sein. Wie weit? Ja, ein Kilometer muss ich jetzt hier langlaufen. Geht schon. Und dann habe ich sie eh nicht mehr weit. Dann habe ich nur noch zwei, drei Kilometer und bin ich fertig. Ich habe jetzt momentan 31,7 Kilometer. Wir sehen uns. Also das war jetzt schon überhaupt nicht schön. Das waren ein Kilometer bis eineinhalb Kilometer auf der Straße. Boah, puh, die war schon sehr befahren. Und das ist so eine Passstraße, da kann man kaum ausweichen. Einer hat mich sogar angehubt. Ja, sorry, ist der offizielle E3-Kommeminer-Weg. Kann ich leider nichts machen. Muss ich leider langlaufen. Aber dafür wurde ich jetzt entlohnt. Sehr perfekt. Direkt in der Straße. Schaut mal her. Gleich vier solche Wasserhände, die laufen. Ich habe Wasser. Ich habe da einen Unterstand. Schatten. Verbindung habe ich sogar auch. Perfekt. Was immer mehr. Und außerdem bin ich fast fertig. Noch vier Kilometer. Dann haben wir es für heute geschafft. Wird Zeit. Okay, ich bin angekommen. Endlich. Das war schon viel heute. Hier seht ihr, denke ich, unsere Hütte. Bin ich ganz sicher. Aber ich glaube schon, dass das ist mit Bank. Sehr schön. Da eine Hinweistafel auf unsere Route, die wir laufen hier. Kommimine. Ja, und wie sie die gebaut haben scheinbar. Ja, genau. Das müsste es sein. Richtig. Genau, die haben wir auf den Bildern schon gesehen. Dieses grün-rote hier. Das ist auf jeden Fall unsere Hütte. Sehr schön. Oh. Und entgegen aller Erwartungen. Wir haben sogar Wasser. Wie gerade ist das denn? Okay. Gut. Ja, es war wie erwartet 38 Kilometer. Fast 1400 Höhenmeter. Ist schon ein krasser Tag gewesen. Ich mag mir jetzt erstmal ausruhen. Gut, die wichtigsten Sachen sind erledigt. Als allererstes Schlappen anziehen. Das ist immer das Wichtigste. Und das Zelt ist auch aufgebaut. Ich denke an einem ganz geraden Platz. Auch im Untergrund ist jetzt nicht so viel Gedöns. Und ja, Schlafsack und Isomate sind auch schon drin. Jetzt kann ich entspannen. Jetzt habe ich alle wichtigen Sachen erledigt. Jetzt werde ich was lesen. Und dann wird später gekocht. Es gibt heute wieder Spaghetti. Ich habe sogar eine Soße diesmal. Hatte ich ja letztes Mal nicht. Genau, da freue ich mich schon drauf. Und natürlich auf die anderen warten. Die kann schon ein bisschen dauern. Glaube ich. So eine Stunde oder so. Eineinhalb Stunden. Schätze ich mal. Schauen wir mal. Bis dann. So, es gibt Nudeln. Kann ich gleich mal den Deckel wieder drauf machen. Und ich habe noch eine Soße dazu. Genau. Ich denke, ich werde alle Nudeln auf jeden Fall machen. Dann bin ich das Gewicht los. Und ich werde aus dem Sattel mal schauen, ob ich nochmal 500 Gramm Nudeln schaffe. Ich habe das auf der Reise schon mal geschafft. Ja, es sind viele. Aber man verbraucht doch sehr viel Energie auf so einer. Tour, also. Ja. Die anderen, die haben selber was zu essen, glaube ich. Soweit ich das gehört habe. Deshalb. Trotzdem mal warten. Die ersten werde ich erstmal essen. Aber bei denen warte ich lieber mal noch. Nicht, dass die anderen doch was brauchen. Es war in der Hohle. Nein, nein, ich denke. Ja. Wo ist es? Du kannst es in der Hohle sehen. Nein? Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Noch nicht. Es ist schon ein bisschen. Guten Morgen, liebe Leute. Wir hatten eine sehr schöne Nacht im Zelt. Es hat nicht geregnet. deshalb habe ich eigentlich sehr gut geschlafen und dementsprechend brechen wir jetzt mit guter laune auf wir haben heute doch einen relativ entspannten tag oder was heißt relativ sogar sehr entspannt wir wollten eigentlich heute den längsten tag machen von allen haben den aber jetzt auf morgen verschoben und dafür kommt heute ein sehr entspannter tag mit nur 24 km und dann dafür morgen und übermorgen der endspurt einmal 43,5 und einmal 38,5 kilometer die werden richtig hart nochmal die tag vor allem der morgen der übermorgen geht dann wieder weil der wenige meter hat aber der morgen wird schon anstrengend genau heute geht es auch in ein dorf mal schauen vielleicht kann man da was einkaufen wir ganz nett und natürlich geht es heute abend auch wieder in der hütte auch sehr angenehm genau so weit der stand der dinge so kurze pause bei zehn kilometern das heute weniger ist kann ich heute sogar bei einer pause zwei sicher riegel essen also sogar twix und ein müßliriegel richtiger luxus heute hier genau hier habe ich einen schönen ausblick gerade in die andere richtung aber ich wollte mich trotzdem in den schatten setzen genau 14 km haben wir noch und dann haben wir sogar tatsächlich einen laden das hätte ich nicht gedacht da ist nur ein kleines dorf aber wir haben einen supermarkt den zweiten auf der gesamten tour und wahrscheinlich auch den letzten aber gut bis dann so ich bin in dem dorf angekommen das ich vorhin angekündigt habe ich werde jetzt erst mal ein paar sachen einkaufen bisschen essen für morgen weil und übermorgen weil die werden natürlich immer hart die beiden tage genau da unten seht ihr das dorf aber ich werde bestimmt noch ein anderes video machen ich habe mich auch mal eingecremt noch weil die sonne knallt jetzt schon ganz schön runter und wir sind nicht nur im wald unterwegs heute da ist es natürlich wichtig die letzten zwei tage oder drei tage habe ich mir nicht eingecremt da war erstens das wetter ein bisschen es war ein bisschen kühler und außerdem waren wir nur im wald unterwegs also daher keine notwendigkeit von sonnencreme so so Untertitelung. BR 2018